Vor uns rechts kann man den Waldstein sehen, das ist ein Berg im Fichtelgebirge und ich möchte euch jetzt begrüßen aus der Stadt Markleuten im Landkreis Wunsiedl im Fichtelgebirge. Wir sind gerade in den Ort hineingefahren und wollen uns diesen Ort heute mal ein bisschen näher ansehen. Wie üblich werden wir einen Spaziergang mit der Kamera machen und werden den Ort dann auch noch mit der Autokamera filmen. Zunächst fahren wir ins Zentrum des Ortes. Da vorne ist die Kirche, das könnte schon sowas wie das Zentrum sein. Und hier werden wir irgendwo parken und dann werden wir einen kleinen Spaziergang machen durch Markleuten. Alle Parkplätze belegt erstmal, aber irgendwas findet man hier sicher. So, das ist die Ega. Wir fahren zurück ins Zentrum des Ortes. Wir fahren zurück ins Zentrum des Ortes. Auf der Suche nach einem Parkplatz filmen wir bereits schon große Teile des Zentrums. Hier habe ich nichts gesehen, wo man parken kann. Das ist merkwürdig. Normalerweise bereitet es überhaupt keine Schwierigkeiten, in solchen kleinen Orten einen Parkplatz zu finden. Nicht so hier. Das war der Marktplatz. Sonntag ab 4 Uhr, das juckt mich nicht. Ich bleibe mal hier sehen. Wir setzen unsere Ortsdurchfahrt durch die Kleinstadt Markleuten im Fichtelgebirge fort und sind zuerst zunächst in die Fleischgasse abgebogen. Der Ort ist 700 Jahre alt und es gibt etliche alte Gebäude hier zu bewundern. Schöne, enge Gässchen. Es sind auch viele verfallene Gebäude dabei, was dem Ort aber andererseits einen großen Charme verleiht. Etwas Mystisches. Solche schönen Gässchen findet man nicht so oft wie hier. Und man kann hier schon eine gewisse Zeit lang zubringen, indem man einfach hier durch diese Gässchen läuft und sich die Häuser anschaut. Wir fahren jetzt mal in Richtung Marktplatz zurück. Das hier ist der Marktplatz, rechts die Kirche. Da ist auch das Rathaus in der Nähe. Dann liegen wir mal hier in die Einbahnstraße ab. Es gibt ein paar schöne Gaststätten mit Pensionen hier. Rechts die Kirche jetzt. Und wir sind wieder auf dem Marktplatz, wo wir schon waren. Dann fahren wir mal in die Webergasse. Auch eine schöne, enge Seitengasse. Solche Gässchen findet man in größeren Städten nicht mehr. Das ist alles schon größtenteils renoviert und saniert. Und deswegen ist es hier besonders interessant, sich die Gässchen hier in diesem Ort anzuschauen. Da haben wir jetzt Scheunen rechts. Und links auch. Die schauen wir uns natürlich auch an. Diese Scheunen sieht man in vielen Orten hier im Fichtelgebirge. So, wir wenden. Und fahren wieder in Richtung Marktplatz. Noch einmal an den Scheunen vorbei. Und der Hauptstraße entlang. In die Neudeyser Gasse. Das sind die Scheunen. Und jetzt kommt der Kopfsteinpflasterbereich. Rechts dieses gelbe Haus. Sieht auch beeindruckend aus hier mit den Schaufenstern. Eine alte Ruine. Vor uns die Kirche wieder. Wir sind wieder auf dem Marktplatz angekommen. Und biegen das mal rum in die Kaiser Gasse ab. Auch eine enge Gasse. Vor uns der untere Markt. Also die Hauptstraße. So, wir fahren zurück. Da ist zu eng. Da kommen wir nicht durch. Wir versuchen es hier mal. Das könnte eine Sackgasse sein. Ich bin mir nicht sicher. Mühlgasse. Da geht es nirgendwo hin. Eine dieser Gassen. Wo man froh ist, wenn man wieder draußen ist. Dafür haben wir jetzt einen sehr schönen Blick. Auf den Marktplatz von hier. Der junge Mann. Läuft vor uns. Da ging es nicht weiter. Jetzt fahren wir geradeaus. Rechts traue ich mich auch nicht in die Mühlgasse abzubiegen. Ich werde die Weber Gasse noch einmal durchfahren. Von der anderen Seite aus. Mit Blick auf dieses, das nennt sich Depomarkt Leuten vor uns. Eine alte Fabrik oder was immer das mal gewesen war, gewesen ist. So. An dieser Stelle habe ich vorhin geparkt. Das ist die Angergasse. Die können wir noch einmal auch in die andere Richtung durchfahren. Das sind diese Scheunen, die irgendwie zu Wohnhäusern umgebaut wurden. Oder waren das immer schon Wohnhäuser mit großen Scheunen. Eine sehr idyllische Gasse. Wie im Bilderbuch. Wie im Bilderbuch. Das waren jetzt mal ein paar dieser idyllischen Seitengassen hier. Das war eigentlich schon der Innenstadtbereich. Beziehungsweise der Ortskern. Von Markleuten. Wir haben hier links noch eine Schule. Den Friedhof. Man kann jetzt nochmal hier nach links abbiegen in Richtung Bahnhof. So richtig spannend sieht es hier nicht mehr aus. Das sind alles schon neuere Häuser. Fahren wir noch mal ein paar Meter in diese Richtung. Ein paar Gaststätten gibt es auch noch hier. Ansonsten sind das alles schon Wohnhäuser. Ältere und neuere. Vor uns eine interessante Brücke. Aber wir wenden. Wow, was für ein Grundstück. Wenn ich richtig viel Geld hätte und nicht jeden Tag in irgendeiner Stadt auf die Arbeit gehen müsste, dann würde ich mir hier vielleicht ein Grundstück kaufen und mich hier niederlassen. Es ist schön ruhig, idyllisch. Mitten im Fichtelgebirge. Sieht aus, als hätte man hier eine hohe Lebensqualität. Es geht zurück in Richtung Marktplatz, in Richtung Ortsmitte. Einmal, der sich gleich in Richtung Dachverkante. Hier ist auf Ex-Certif. Einmal, das ist gerade in Richtung Dachverkante. Genau, dass wir in Richtung Dachverkante übersehen können. Es geht zurück in Richtung Dachverkante. So richtig gut. Es geht zurück. Ich sweetieu, meine Stadt Dachverkante, dass du Bünderkante aus der Gitterstand aus dem Revehung. Nur ein paar Wochen bei Dachverkante Verkante, Dachverkante, bei Dachverkante, So, wir schauen mal, ob wir eine Gasse übersehen haben, da waren wir schon, in den Seitengassen links, rechts waren wir auch schon, das hier ist eine Einbahnstraße, die sind wir auch schon durchgefahren, von der anderen Richtung. Auch hier waren wir schon, sieht so aus, als hätten wir hier das meiste gefilmt. Wir überqueren die Ege und fahren jetzt mal da Richtung Selb. So, Richtung Bahnhof. Bahnhofstraße. Auch hier gibt es ein paar kleine Läden. Links. Eltere Wohnhäuser. Richtung Bahnhof geht es nach links. Und das scheint der Bahnhof von Marktleuten zu sein hier. Ob der überhaupt noch existiert. Am Bahnhof gibt es hier noch eine Bahnlinie. Eine Linie, die auch genutzt wird, möglicherweise. So, wir halten mal an hier. Gasthof zur Eisenbahn. Da muss mal richtig was los gewesen sein früher, im Gasthof zur Eisenbahn, da gab es eine Metzgerei, Fremdenzimmer und Garagen. Und jetzt steht er leer. Und jetzt steht er leer. Und ich verabschiede mich erstmal an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schnell liv. Tschüss. 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 Schnell, Tschüss. Tschüss. Lots意. Tschüss. Tschüss. Uponhtals operations. Untertitelung des ZDF, 2020